Der Podcast richtet sich an alle Menschen, die über psychische Gesundheit lernen wollen und wissen wollen, wie sie diese verbessern können, für sich selbst oder auch für Angehörige. In jeder Podcast-Folge werden Expertinnen eingeladen und ein Interview geführt. Gemeinsam werden wir versuchen, Themen rund um Depressionen, Burnout und Ängste und vor allem, was man dagegen tun kann, ohne Fachwörter zu besprechen. Die genannten Expertinnen sind sowohl Betroffene und Angehörige, also Expertinnen aus Erfahrung, als auch Fachleute wie Ärztinnen, Therapeutinnen und Sozialarbeiterinnen. Ziel des Podcasts ist neben der Vermittlung von Informationen über psychische Gesundheit auch Falschinformationen klarzustellen und Vorurteile abzubauen. Wenn sich das jetzt interessant anhört, hören Sie sich doch gleich die erste Folge an. In der ersten Folge wird es darum gehen, was psychische Gesundheit überhaupt bedeutet. Ab sofort wird es ca. einmal im Monat eine neue Folge geben. Viel Spaß beim Zuhören!